Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Gearing Guide präsentieren. Wir wollen uns nämlich zusammen angucken, was ihr am besten macht, um möglichst schnell euer Gear auf 184 aufwärts zu bekommen. Und da würde ich sagen, steigen wir gleich mal mit ein. Das allererstes, was ihr machen solltet, ist natürlich euren Charakter auf die maximale Stufe zu spielen, also auf Stufe 60 und die Kampagne durchzuspielen. Nachdem ihr auf Maximalstufe seid und eure Kampagne durchgespielt habt, bekommt ihr hier die Möglichkeit, einen Covenant auszuwählen. Hier solltet ihr euch gut überlegen, was ihr auswählt, denn ihr könnt es zwar switchen, aber mit ja doch schon erheblichem Zeitaufwand verbunden, das Ganze. Dementsprechend schaut euch die Fähigkeiten an, was kommt vielleicht auch noch in Zukunft dazu. Man kann ja da auch ein bisschen die Ruhmstufe noch ein bisschen anschauen und sieht, was man dann so nach und nach dazu bekommt. Man kann auch die Soulbinds sich anschauen. Also da sollte man sich vielleicht auch ein bisschen informieren, was ist für die eigene Klasse bzw. Speck-Spezialisierung gut und dementsprechend den Covenant auswählen. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze später auch wieder switchen, ist aber ein bisschen aufwendig und dauert auch zwei Wochen. Sobald ihr das gemacht habt, spielt ihr eure Kampagne durch. Und zwar könnt ihr in der ersten Woche noch nicht sonderlich viel spielen. Ihr könnt die Kampagne bis zu Torgast spielen und dann dort auch die ersten Runs durchlaufen. Wenn ihr die Kampagne durchspielt und die beiden Torgast-Steps abschließt, bekommt ihr einmal einen Hals beim ersten Step, der 161er Item Level ist. Und dann, wenn ihr ganz am Ende der Kampagne seid, bekommt ihr nochmal einen 171er Umhang. Den 171er Umhang, den habe ich hier schon mal angelegt. Und wenn wir jetzt meinen Gear anschauen, seht ihr, heu, warum habe ich den Hals nicht mehr an, dass ich einen Mix aus 184er und 171er Items habe. Am Ende der ersten Woche oder je nachdem, wann ihr euren Gearing-Prozess in der ersten Woche quasi bändet habt, sollte eigentlich an jedem Slot eurer Items, wenn er ein 184er Item sein oder ein 181er Item. Jetzt gehen wir erstmal darauf ein, was ist die schnellste Methode zu gehen. Die schnellste Methode und die beste Methode ist, sich über Mythic Null Dungeons das 184er Geal zu holen. Die Mythic Null Dungeons sind nicht sonderlich schwierig. Wie habe ich das gemacht? Ich bin als allererstes, ich quasi habe auf Max-Level gespielt und dann bin ich zum Gearen erstmal in die Mythic Dungeons gegangen. Ich hatte 145er Gear und habe dann alle 8 Mythic Dungeons durchgezogen. Das geht, ihr könnt in diese Dungeons so reingehen, wenn ihr euch da ein bisschen schwer tut oder ihr euch nicht so sicher seid, dann spielt erst HC oder ihr könnt auch NHC machen, aber meiner Meinung nach ist das eine Zeitverschwendung. Ihr könnt sofort Mythic gehen, wenn die restliche Gruppe so ein bisschen halbwegs giert ist oder es eine gute Truppe ist. Also das geht auf jeden Fall. Was ist der Vorteil, wenn wir sofort Mythic gehen? Wir wissen, welche Slots wir quasi mit den 184er Items ausstaffiert haben und können dann die restlichen Items über andere Quellen holen, auf die wir gleich noch eingehen werden. Heißt, ihr macht alle 8 Dungeons, habt dann ein paar Items. Ich habe glaube ich, jetzt muss ich mal nachzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Items aus 8 Dungeons rausbekommen. Es ist übrigens so, im Schnitt bekommt ihr ein Item pro Dungeon. Ich habe aber auch schon Leute gesehen, die teilweise 3 Items aus einem Dungeon rausgezogen haben oder ich habe aus manchen Dungeons auch gar nichts bekommen. Das kann passieren. Sobald ihr das gemacht habt, könnt ihr die restlichen Slots auffüllen mit anderen Items, die 171er Itemstufe haben. Zum Beispiel könnt ihr HC gehen. HC könnt ihr aber erst queuen, wenn ihr ein bestimmtes Itemlevel habt. Und zwar braucht ihr für HC Minimum 155er Itemlevel. Ihr könnt aber mit einer Pre-Made Gruppe auch sofort HC reinlaufen und dementsprechend gleich das 171er Gear zu holen. Ich würde euch nicht empfehlen, Heroische Dungeons zu machen. Das lohnt sich nicht. Ich würde euch empfehlen, über den PvP-Wendor das Ganze hochzumachen. Und zwar seht ihr, mein komplettes Gear, das ich hier habe, ist alles Rang 3 PvP-Gear. Und das kann man alles recht schnell herbekommen. Ich habe jetzt quasi die Mythic-Items an am Ende. Dann habe ich einen 171er Umhang an, den ich von der Kampagne bekommen habe. Und sonst nur PvP-Gear. Wie funktioniert das? Wir haben hier in Ori-Boss einen PvP-Händler. Der ist etwa hier bei den Koordinaten 35, 57. Und bei diesem PvP-Händler können wir Items kaufen. Und die Items, die kosten jetzt nicht sonderlich viel Ehre. Ihr seht, hier kostet es mal 850 Ehre, 700 Ehre. Manche Sachen kosten sogar wenige. Die Reihen kosten nur 500 Ehre. Ich kann euch empfehlen, spielt die großen BGs, also die großen Schlachtfelder. Wenn ihr die gewinnt, kriegt ihr teilweise 1000 Ehre und mehr. Ihr seht, ich habe schon wieder 14.000 Ehre zusammen. Warte mal. Oh, 15.000 ist Cap. Ich kann bald gar nicht mehr mehr farmen. Ah, da muss ich mal aufpassen. Okay. Und ich habe ja die ganzen Items schon auf Stufe 3 abgegradet. So. Warum macht PvP mehr Sinn als Dungeons? Erstmal, die Dungeons dauern tendenziell länger. Und ihr habt da die Problematik, dass ihr random irgendein Item bekommt. Beim PvP könnt ihr euch beim Händler das Item aussuchen, was ihr wollt. Das ist zwar erstmal nur 158, aber ihr könnt diese Items hier upgraden. Und zwar bei dem Kollegen hier. Und wenn ihr die Items upgradet, könnt ihr sie im Moment dreimal upgraden auf 171. Und das ist so hoch wie das HC-Gedöns. Und ihr könnt dann dementsprechend die Slots auswählen, die ihr noch braucht. Und das Gute ist, ihr könnt euch hier sogar die Stats aussuchen. Denn bei dem NPC hier habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Items an dem gleichen Slot zu kaufen. Zum Beispiel kann ich mir einen Ring auswählen mit Versa Mastery, mit Versa Tempo oder mit Versa Crit. Ja, das meiste hat hier Versa drauf. Wenn ihr keinen Versa braucht, ist es vielleicht ein bisschen schlechter. Aber einen Stat könnt ihr euch auf jeden Fall zu dem Versa noch aussuchen. Ich als Tank brauche auf jeden Fall Versa. Genau. Soviel jetzt hier zur PvP-Wende. Ihr könnt übrigens hier die Items dann noch weiter upgraden. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, wir können sie jetzt mal hier reinziehen. Zum Beispiel nehme ich mal einfach hier einen Ring. Und ihr seht, es kostet mich jetzt 600 Ehre, den abzugraden. Ich brauche aber hier die Ruhstufe 7. So, und jetzt ist es wichtig, dass ihr Folgendes macht. Und zwar, wenn ihr eure Kampagne bzw. einen Covenant aufgewählt habt, dann könnt ihr ja über die Kampagne eure Ruhstufe einmal erhöhen. Beziehungsweise, es gibt jede Woche zwei Quests in eurer, ich würde jetzt in eurer quasi Covenant Base, die euch hier die Ruhmstufe erhöhen. Also es gibt immer zwei Quests, also jede Woche könnt ihr es um zwei erhöhen. Heißt, nächste Woche können wir nochmal um zwei erhöhen und dann übernächste Woche nochmal um zwei. Sobald wir Stufe 7 sind, können wir die PvP-Ausrüstung noch höher machen. Heißt, in der Woche, wo der Raid rauskommt, können wir die Ausrüstung nochmal hochballern, sogar auf 184. Heißt, wir könnten theoretisch über PvP unser komplettes Gear schon mal auf 184 hochballern, ohne dass wir mythic gehen müssten. Wie gesagt, ich empfehle, macht die Mythic Dungeons, holt euch das Rest über den PvP-Händler. Wir werden uns jetzt aber dennoch noch ein paar mehr Möglichkeiten anschauen, wie wir an Gear kommen, für die Leute, die es eher ein bisschen langsamer angehen wollen. Wenn ihr nicht direkt Mythic euch zutraut, macht erst NHC, HC Mythic, ihr könnt es nach der Reihe machen. Wie gesagt, ich habe mit 145 schon die Mythic Dungeons durchgespielt. Eine weitere Möglichkeit, um an Gear zu kommen, ist, wenn wir an den Rufhändler reingehen. Die Geschichte würde ich aber keinem von euch empfehlen, einfach weil das Gear relativ niedrig ist. Und wir relativ viel Ruf brauchen. Wir bekommen bei wohlwollendem Ruf ein 164er-Item, dann bei respektvollen 181er. Und dann gab es noch, glaube ich, irgendwo ein 200er-Item, wenn wir ehrfürchtig sind. Hier, bis ihr den Ruf hochgehauen habt, ist der Rate dreimal raus. Ihr kriegt den Ruf hauptsächlich über World-Quests hoch. Beziehungsweise gibt es auch noch ein paar andere Quests, die den Ruf euch erhöhen. Aber diese Art zum Gearen dauert viel zu lang. Bis dahin habt ihr schon andere Quellen, wo ihr wesentlich mehr Items rausziehen könnt. Dann haben wir auch noch die Möglichkeit, über Berufe unser Gear zu erhöhen. Hier ist es so, dass wir prinzipiell erstmal nur das Gear auf 151er-Item-Stufe bekommen können. Ich würde euch nicht empfehlen, das großartig zu machen. Ihr könnt euch das natürlich, wenn ihr, bevor ihr HC oder Mythic Dungeons geht, einmal hier ein bisschen Items bauen. Ich habe das nicht gemacht. Ich meine, dass es rausgeschmissen ist Gold. Wer sich damit sicher fühlt, kann sich aber die Sachen herstellen, beziehungsweise im Auktionshaus kaufen. Es gibt später dann auch eine Möglichkeit, das Gear noch abzugraden, und zwar auf 168. Dafür braucht man aber erstmal ein bisschen Ruf bei Venari, um das Rezept kaufen zu können. Und Venari ist quasi die Fraktion im Schlund. Da könnt ihr täglich Dailies abschließen, beziehungsweise NPCs töten. Kriegt dadurch Ruf und einmal hier eine Ressource. Die nennt sich Stieger. Das solltet ihr am besten auch jeden Tag machen. Denn mit dieser Stieger-Ressource könnt ihr dann bei ihr dauerhafte Upgrades kaufen für zum Beispiel Torgast. Was später noch interessant wird, werde ich euch gleich nochmal mehr zu sagen. Und vor allem, wenn ihr ganz viel Stieger habt, könnt ihr einen Sockelstein kaufen, den ihr auf ein Gear-Teil draufhauen könnt. Es funktioniert ähnlich wie in 8.3 mit den Sockeln, die wir uns über die Vision-Materialien kaufen konnten. Also das ist auf jeden Fall interessant. Und jeden Tag einmal im Schlund vorbeizuschauen, macht auf jeden Fall Sinn. Hier ist es aber so, wenn ihr Aktivitäten abschließt, kriegt ihr einen Augen-Buff oben drauf. Der hat 5 Stufen. Und wenn ihr die 5. Stufe erreicht habt, dann kommen immer mehr Effekte, die euch stören, weiterzumachen. Und ihr kriegt vor allem auch einen Debuff, dass ihr keinen Stieger und keinen Ruf mehr kriegt. Also dann hier weiter rum zu handeln, macht keinen Sinn, weil ihr einfach keine Belohnungen mehr bekommt. Und es wird halt immer schwieriger. Also dementsprechend rentiert sich das dann nicht mehr. Aber wie gesagt, wir können das Crafted Gear irgendwann später, wenn ihr den Ruf soweit habt, auch noch weiter upgraden. Aber nur auf 168. Und meiner Meinung nach, selbst das rentiert sich nicht. Das ist eine Geschichte für Twings. Dann haben wir auch noch in unserer Covenant-Zentrale einen NPC, der uns ein Set verkauft. Und dieses Set können wir dann auch upgraden. Aber auch hier ist das Ganze an die Kampagne gebunden. Und da muss man verschiedene Stufen haben, bis man die höheren Set-Teile kaufen kann, beziehungsweise sie dann upgraden kann. Das ist eine Sache, die man vielleicht bei einem Twink dann benutzen kann. Für den Main jetzt in der ersten, zweiten Woche ist das uninteressant, weil das Gear einfach zu niedrig ist. Beziehungsweise bis man es dann upgraden kann, hat man wahrscheinlich schon wesentlich höheres Gear. Ich bin gerade am gucken, ob ich hier noch das eine Teil auf der Bank habe. Ich hatte nämlich, glaube ich, schon eine Hose. Die war irgendwie so 150 rum. Also auch relativ niedrig. Dementsprechend will ich mal erwähnt haben. Aber lohnt sich jetzt fürs Gear am Anfang nicht. Dann haben wir noch eine Sache über World Quest. Können wir auch noch ein bisschen gieren. Auch das lohnt sich meiner Meinung nach eher nicht. Das Item-Level ist relativ niedrig. Steigt zwar dann an, wenn wir ein Item-Level von 170, 175 meine ich haben. Kriegt man ein bisschen höhere Sachen. Aber das Gear ist immer noch drunter zu dem, was man über PvP bekommt. Das bin ich gerade am gucken, ob ich hier irgendeines zum zeigen habe. Nein, ich habe, glaube ich, schon alle heute gemacht. Auf jeden Fall war es, glaube ich, so 160, 164, was man dort bekommen hat. Genau. Dann gehen wir mal aufs Nächste und zwar auf die Legendaries und wie das funktioniert. In der ersten Woche könnt ihr euch noch kein Legendary holen. Aber ihr könnt euch schon mal die Grund-Items holen. Denn die ganzen Handwerksberufe können ein Item herstellen, das jetzt erstmal hier nichts bringt. Ihr seht, das ist einfach ein Item, das ihr anziehen könnt, hat keine Stats drauf. Das braucht man aber, um die Legendaries schmieden zu können. Und zwar gibt es hier alle möglichen Slots, wo ihr auswählen könnt. Und die könnt ihr auch im Auktionshaus kaufen, müsst ihr nicht selber craften. Das könnt ihr erst herstellen, wenn ihr auf Maximum quasi von einem Beruf in Shadowlands seid. In dem Fall jetzt hier 100. Und ihr braucht relativ viele teure Matts. Wenn ihr das nicht selber herstellen könnt, sucht euch jemanden, der es herstellen kann. Oder kauft es einfach im Auktionshaus. Das ist die Materialie, die wir brauchen, die wir beim Runenschmied im Torgast benutzen können. Wichtig ist, in der ersten Woche könnt ihr das noch nicht bauen. Denn ihr braucht 100 oder 1250 von einer Materialie. Und zwar zeige ich euch das mal. Wir haben hier eine Materialie, die heißt Seelenasche. Die Seelenasche bekommt ihr, wenn ihr verschiedene Wings im Torgast abschließt. Wie funktioniert das ganze System? Und zwar, ihr spielt eure Kampagne bis ganz zum Ende durch. Heißt, bis ihr euren 171er Umhang bekommt. Und sobald ihr diesen Umhang habt, habt ihr auch alles soweit freigeschalten, um dementsprechend in Torgast die verschiedenen Viertel zu machen. Ihr könnt immer im Torgast zwei verschiedene Viertel quasi auswählen. Ihr könnt jetzt vielleicht auch mal hier reinklicken. Der Schlund. Ne, das geht leider nicht. Sonst hätte ich es euch gezeigt. Auf jeden Fall, wir können jede Woche zwei Unterbereiche auswählen im Torgast. Und diese Unterbereiche können wir verschiedene Ebenen durchspielen. In der ersten Woche können wir bloß drei Layer spielen. Dementsprechend bekommen wir, wenn wir beide Unterbereiche einmal die drei Layer durchspielen, die maximale Anzahl von 810 Seelenasche. Wir brauchen halt 1250, heißt, wir können erst nächste Woche unser erstes Legendary bauen. Wenn ihr diese 1810 habt, dann habt ihr alles für die erste Woche fertig gemacht. Genau, so viel habe ich auch. Ihr seht, hier 1250. Die Quest werdet ihr am Ende auch haben. Und dann müsst ihr jetzt auf die nächste Woche warten. Später können wir dann immer noch mehr holen. Später können wir dann 1200 Seelenasche pro Woche holen. Da wird es dann wesentlich einfacher. Es gibt von diesen Legendaries, die man craften kann, aber insgesamt vier verschiedene Möglichkeiten, beziehungsweise vier verschiedene Stufen. Am Anfang können wir jetzt einfach nur die Stufe 1 herstellen. Und später, wenn wir mit dem Beruf ein bisschen besser aufgestellt sind, können wir dann die höheren Stufen herstellen. Insgesamt gibt es vier Stück und die haben auch verschieden hohes Item Level. Das erste, was ihr euch mit 1250 Seelenasche herstellen könnt, hat ein Item Level von 190. Das zweite hat ein Item Level von 210, kostet schon 2000 Seelenasche. Dann das dritte hat ein Item Level von 225, kostet 3200 Seelenasche. Und das letzte hat ein Item Level von 235, kostet 5150 Seelenasche. Ihr braucht dann nämlich immer das Grunditem und die Seelenasche. Wichtig ist, ihr könnt euer Item in der ersten Woche direkt herstellen. Heißt, was nur ein 190er Item Level hat. Und könnt das upgraden und braucht dafür dann nicht mehr Seelenasche, wenn ihr euch gleich Level 2 oder Stufe 2, Stufe 3 oder 4 herstellt. Also das ist möglich. Das Einzige, was ihr dann wastet, sind mehr von diesen Grundmatts. Also ein bisschen Gold im Endeffekt, aber nicht die Seelenasche. Das so als wichtige Information an der Stelle. Genau, das ist soweit das zum Legendary. Heißt, was ihr täglich auf jeden Fall machen solltet, ist hier einmal in den Schlund gehen und bei Venari möglichst viel Ruf bzw. Stigia sammeln. Einmal in der Woche nach Torgast rein und dort dementsprechend die maximale Anzahl an Seelenasche besorgen. Eure 8 Mythic plus Null Instanzen machen. Am besten ein bisschen Ehre farmen für die restlichen Slots, die ihr offen habt. Und am besten schon ein bisschen was vorfarmen, um sie dann gleich abzugraden, sobald ihr Rufstufe 7 seid. Dann könnt ihr nämlich die Items weiter upgraden. Wichtige Information am Rande noch. Es gibt dann noch weitere Systeme. Und zwar einmal haben wir dann noch hier diese Seelenbonde. Und hier ist es so, dass wir da verschiedene Items haben, die wir uns besorgen können. Und zwar droppen diese Items aus allen möglichen Quellen. Ihr könnt die durch World Quest bekommen, ihr könnt die aus Dungeons bekommen, ihr könnt die von Ruf-Fraktionen bekommen. Also da solltet ihr euch ein bisschen informieren, wo die Guten von euch droppen und dann eventuell die Contents explizit ansteuern. Selbiges gilt dann auch für die Legendaries. Und zwar könnt ihr hier, sobald ihr den Runenschmied soweit freigestalten habt, die Fähigkeiten der verschiedenen Legendaries sehen. Und dann zum Beispiel auch sagen, okay, ich möchte jetzt den Wächter haben und suche mir jetzt hier eins raus. Und dann sehe ich hier, hier habe ich eine Dungeonbeute, kriegst es der Gefräse gedroppt das. Und dann kann ich dementsprechend diesen Boss direkt für meine Legendary Item ansteuern. Wie gesagt, das ist jetzt einfach nur so ein Runen-Item. Ihr braucht dann immer noch das Geschmiedete von eurem Beruf, um das herstellen zu können. Genau. Dann, was auch noch vielleicht interessant ist, wenn ihr am Erefarmen seid, es gibt jede Woche zwei PvP-Quests. Und zwar haben wir die einmal hier, zum Beispiel habe ich nur eine offene. Da müssen wir 1500 Ere auf einem zufälligen Schlachtfeld holen. Und dann kriegen wir auch nochmal ein bisschen Anima, beziehungsweise bekommen ein bisschen Ere. Wichtig an der Stelle ist, die Quest backt gerade ein bisschen und man kriegt es nur im normalen BG und nicht im epischen, also hier nicht im großen. Warum auch immer, backt ein bisschen. Was dann vielleicht noch sinnig ist zu wissen, man bekommt für das erste abgeschlossene BG am Tag mehr Ehre. Sowohl einmal bei den Schlachtfeldern, dann einmal bei den epischen Schlachtfeldern und auch bei dem Arena-Geplänkel. Zusätzlich bekommt man auch Anima beim ersten Win noch dazu. Macht auf jeden Fall Sinn, das mitzunehmen. Anima braucht man nämlich unter anderem, um dann die Base abzugraden, um dann da verschiedene Gebäude oder verschiedene Sachen noch dazu zu bauen. Aber das wird jetzt hier zu weit führen. Ihr könnt es farmen, indem ihr noch ein paar Worldquests macht. Gut, das war eigentlich alles, was ich euch mitteilen wollte. Vielleicht zwei kleine Geschichten, die noch interessant sind. Es gibt einmal in Oribos einen NPC. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo er ist. Der müsste einmal hier drüben sein. Und zwar könnt ihr da zwei PvP oder zwei PvE-Quests holen, wo ihr nach Dungeons rein müsst. Dann kriegt ihr am Ende als Belohnung noch ein bisschen so Ruf-Tokens. Ich glaube, 500 Ruf waren das. Die kann man mitnehmen. Braucht man jetzt unbedingt, wenn man jetzt Items über Ruf haben will. Vor allem, was halt praktisch ist, wenn eure Ruf-Fraktionen vielleicht einen Conduit-Item droppen und oder einen Legendary-Item, das ihr braucht. Da könnt ihr vielleicht mal bei euren Fraktionen durchgucken. Dann macht es mit dem Ruf Sinn. Sonst kriegt ihr halt hauptsächlich kosmetische Items oder diese Gear-Sachen, die jetzt nicht so interessant sind. Seht ihr zum Beispiel, haben wir hier ein Legendary-Item bei der Ruf-Fraktion am Ende. Hier haben wir auch noch mal was. Also wenn das die sind, die ihr braucht, dann macht es Sinn, vielleicht die anzusteuern und da zu versuchen, den Ruf zu kriegen. Es gibt aber auch noch andere Sachen wie Mounts und solche Geschichten. Also es lohnt sich für Collector alle mal da ein bisschen was zu sammeln. Zusätzlich, jetzt weiß ich nicht, wie ich das schon erwähnt habe, gibt es dann noch die Möglichkeit, diese Berufungen zu holen. Und zwar kann man maximal drei aktiv haben. Jeden Tag kommt eine dazu. Heißt, ihr habt drei Tage, die abzuschließen. Da müsst ihr dann einfach irgendwelche Aktivitäten in einer von den drei Zonen ausführen. Und hier gibt es dann einen Haufen Gold raus. Es gibt einen Haufen grauer Items, die könnt ihr vendern und kriegt dadurch Gold. Und zusätzlich, was natürlich dann auch noch möglich ist, es kann der Gear drin sein, beziehungsweise hier diese Conduit Items, die ihr bei den Soul Binds reinpacken könnt. Und das können natürlich dann auch Items sein, die euch dann passiv über diese Soul Binds im Endeffekt ein bisschen verstärken. Heißt, die zu machen, macht auf jeden Fall Sinn. Bringen auch relativ viel Ruf. Also wenn ihr Ruf haben wollt, dann solltet ihr die auf jeden Fall mitnehmen. Und dann die zwei normalen Quests oder zwei Weekly Quests, die euch Ruhm bringen, die solltet ihr natürlich auch in eurer Covenant Hub Zentrale mitnehmen. Gut, das war jetzt alles ein bisschen viel. Ich hoffe, das war verständlich. Am Anfang habe ich euch ja erklärt, Mythic Dungeons machen, PvP-Vendor nutzen und dann gucken, wo euer Conduit-Zeug bzw. Legendary-Zeug hinkommt, dann seid ihr eigentlich gut gewappnet. Das andere waren jetzt alles noch alternative Möglichkeiten, euch noch ein bisschen zu gieren. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu erschlagen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv werdet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao!